Audio-Post. Geklickt. Gehört. Sie ist stylisches Accessoire, Minicomputer und Gesundheitsgadget in einem. Die Smartwatch. Mit den klugen Digitaluhren können wir unsere Schritte zählen, den Puls messen oder auch unsere WhatsApp-Nachrichten lesen. Doch mit den technischen Allroundern binden wir uns auch potenzielle Hackerangriffe ans Handgelenk. Geräte, die miteinander kommunizieren, wie Smartwatch und Smartphone, locken Hacker an. Das weiss auch Andreas Wiesler. Alles, was angreifbar ist, weckt auch das Interesse der Hacker. Selbst alte technische Protokolle sind spannend. Eine Herausforderung, die oft auch Spass macht. Andreas Wiesler berät als Geschäftsführer der Firma GoSecurity Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Er ordnet die smarten Trenduhren in eine Art Sicherheitskrauzone ein. Uhren kommunizieren oft über Bluetooth oder AntPlus. Diese Techniken funken zwar nicht besonders weit, aber in der Nähe eines Hackers können diese doch angegriffen werden. Da darauf sehr sensitive Gesundheitsdaten gespeichert sind, sollten sie auch entsprechend geschützt werden. Smartwatches gibt es aktuell in jeder Preisklasse. Aber schützen teurere Markengeräte unsere Daten besser als die schlauen Armbanduhren aus dem Discounter? Vermutlich nicht. Bei Markengeräten kann ich aber bei Bekanntwerden einer Schwachstelle schneller mit einer Aktualisierung rechnen, die diese Lücke dann auch schliesst, bevor sie aktiv ausgenutzt wird. Als Experte für Computersicherheit hat Andreas Wiesler trotzdem hilfreiche Tipps, damit Smartwatches nicht zur tickenden Zeitbombe werden. Ideal wäre, Bluetooth nur zu nutzen, wenn es benötigt wird. Zum Beispiel beim Synchronisieren der Daten. Das ist aber nicht praktikabel. Wichtig ist, Updates immer sehr schnell einzuspielen. Und wie ist es mit dem Schutz aus der zweiten Reihe? Sprich, wenn wir eine Security-App auf unser Smartphone, Tablet und Co. laden, schützt das direkt auch unsere Smartwatch? Auch das weiss IT-Experte Andreas Wiesler. Theoretisch könnte via Uhr auch das Handy, PC oder Tablet gehackt werden. Das erachte ich aber als sehr unwahrscheinlich, da der Aufwand für die Hacker viel zu gross ist. Aber auch bei diesen Geräten gilt, immer zeitnah zu aktualisieren, bevor irgendeine Schwachstelle auch ausgenutzt wird. Audio Post. Geklickt. Gehört.